Also wir freuen uns in Vorred, in der Schmidt-Liederlassung in Vorred, die Lineas wieder begrüßen zu dürfen, die einen Zug aufgesetzt haben, der von Antwerpen über Reglinghausen nach Vorred und danach weiter ins Vorarlberg fährt und das Ganze dann zurück. Wir wollen die Intermodalaktivitäten am Standort nicht nur für uns, sondern auch für andere Kunden verstärken. Der Container ist quasi direkt aus Antwerpen zu uns gekommen und geht jetzt von uns aus weiter zum Kunden. Wir wollen quasi die Nachhaltigkeit weiter vorantreiben und haben quasi hier die Möglichkeit geschaffen, die Container von der Straße wieder auf die Schiene zu bringen, um die Lösung intermodal weiter voranzutreiben. Zusammen mit der Lineas haben wir mit dem Expresszug die Möglichkeit, die Region Schwaben und die Seehäfen zu verbinden, um die Container direkt von hier nach England, Irland oder sonst irgendwie in die Richtung zu bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017